Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu dem Untergang, wo ich es ziemlich verbockt habe. Wir kommen hier nämlich jetzt nicht mehr raus, haben sehr, sehr wenig Munition und müssen irgendwie durch die ganze Kacke durchkommen. Und ich bin immer noch am überlegen, wie wir das durchziehen wollen. Ich denke, das Beste wird sein, die Waffe abzulegen und damit gucken, dass wir weit genug kommen. Bestenfalls ist es wahrscheinlich, wenn wir heftig durchrennen. Wir leben, wir leben, wir leben, wir leben, wir leben noch. Wir sind tot. Ich habe mich verglichen, wir sind so tot. Wir sind tot. Halt die Waffe schon aufgenommen? Ja, okay. Das Ding ist, ich kann ja nicht stehen bleiben. Wenn ich stehen bleibe, dann baller mich die Hubschraube ab. Das ist echt problematisch aktuell. Okay. One more. Okay. Als ob der mich diese darf. Jetzt wird noch was, ich sag's euch, das wird unmöglich. Hast du Muni für mich? Nur Sniper, was heißt? Wobei die wäre jetzt schon echt nützlich, aber... Oh Gott, da hinten ist ja noch einer. So, so weit, so gut. Oh Gott, Munition. Schön, 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 schön. Oh Gott. Schön, hör mal. Oh Gott. Ich hab die Stimme. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das ist eine Positionsverschätzung, wir dürfen den hier nicht hitten. Da müssen wir ja dran. Oh, geil, Muni. Als ob der mich hier hinten hittet. So easy vor allem. Von wo? Da links ist noch einer. Okay, das wird jetzt ein Tod nach dem anderen, ich sag's euch. Den treffe ich hier nicht, niemals. Oh. Ich dachte nicht, das ist die Milchungsverschätzung des Todes. Ich habe geladen und gespye, äh gespye und geladen. Gleichzeitig sehr gut. Äh, ja. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen die Leute beschränken. was passiert Nice, der ist weg, ok, speichern speichern können wir noch looten oh ja Deckung, 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 Deckung Alter, die sind überall Gegner looten mitnehmen verstecken speichern das heißt, es wackelt bis zum geht nicht mehr und er kann einfach auf free weiterlaufen ist das sein Ernst? wir rennen jetzt durch wo müsst ihr überhaupt hin? ich glaube wir sind falsch ok, wir speichern ab oh shit oh shit das nächste端 guck 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 k guck guck war da gar ein panzer der auch nicht geballert hat oder so ein maschinengewehr dinge ja was die wollen doch verarsen da kann ich nicht weiter ich treffte nicht weiß ich habe nicht mal zeit irgendwas zu looten weil mich von jeder ecke irgendwas abballert das ist super nervig ok 37 schussmann der ist ja sehr heilig du musst jetzt sterben danke wir haben nicht mal einen strahlenschutzanzug wie sollen wir dann mit den sarg w kommen das wird selbstmord sehr gut sehr gut das ist noch viel von uns übrig ok ja komm her wo ist der hin wo ist der hin wo ist der hin ok sehr gut sehr gut speichern wir müssen nur zum eingang wir sind tot ich habe keine ahnung was er mich getötet hat stehe da er lebt noch kann das bitte mal aufhören kann das bitte mal aufhören boah alter 47 schuss du bist ja du bist ja du bist ja the dream und jetzt noch was in deiner waffe bitte entladen einlassen einlassen speichern weiter war klar wir haben noch zwei minuten zeit da müssen wir drin sein glaube ich es ist ein ernst man ich sehe doch nichts kack erdbeben wie soll man da sowas treffen das ich lebe noch Oh mein Gott, das ist schön. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Oh Gott, hoffentlich töte ich den, bevor er mich jetzt gleich wiederholt. Wir haben noch eine Minute. Wir müssen los. Wie weit ist es denn noch? Bestimmt noch ewig weit. Wir speichern kurz. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen es nicht. Und let's go. Lalalala. Wohin? Was mache ich, wenn die Eruption kommt? Oh ja. Okay, wir haben ein bisschen Munition gesammelt. Was wirklich sehr gut ist. Ich habe mich erschreckt. Das wird katastrophal hier drin, oder? Ja, lass mich in Ruhe. Das ist so eine Einbildung. Oder? Ja, das ist echt. Wie geht es zur Radioaktivität? Gut. Okay. Ich dachte, das wäre eine Einbildung, weil er mich nicht gebetet hat. Nee, oder? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, speichern. Und direkt wieder safen. Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ich bin ja gerade am Arbeiten. Das war so eine Munitionsverschwendung. Ich spreche hier, Leute, nur Deutsch, bitte. Übersetzen Sie es mir. Ciao. Es wird halt hier langsam radioaktiv. Das ist echt ein Problem. Habe ich irgendwas antiradioktives bei mir? Strahlung plus 5, schön. Strahlung minus 10. Nehmen wir doch das, komm. Wir haben auch nicht mehr so viele Midi-Packs. Oh, das wird richtig zum Kotzen, ich sag's euch. Das wird richtig heftig zum Kotzen sogar. Okay, ich würde sagen, wir cutten hier. Und nächste Folge geht's weiter. Mal sehen, wie das... Ist ein Ernst? Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke schön. Das Einschalten.